Warum hast du es denn so eilig mit diesem Deal, Mann? Stecken da eventuell eigene Interessen hinter? Dann wird der Kim Hunter schon ein bisschen Weltmeisterschaft gespielt und jetzt geht es natürlich auch bei Danny Williams in Liverpool weiter mit der Champions League. Falls euch das ganze Projekt natürlich gefällt, ich freue mich immer über Zuschauer für dieses Projekt, dann lasst doch gerne ein Like da und ein Abo und dann schauen wir mal, wie es mit unseren drei Muskeltieren hier weitergeht. Vor allem natürlich bei Danny Williams, dessen Karriere jetzt nicht so unbedingt bergauf geht. Wir spielen wahrscheinlich wieder Champions League. Wir haben ja gegen seinen Bruder, der ja bei Paris spielt und ein richtiges Egelpaket ist und ein richtiges Arschloch. Der wurde als Kind früher bestimmt immer auf dem Schulhof verprügelt oder gegen eine Wand getreten von den Lehrern. Ich weiß nicht. Schauen wir mal. Oh, eine neue Zwischensequenz auf jeden Fall. Fotoshooting. Und hindrehen. Gut. Ein Stück weiter. Sehr gut. Ähm, Danny. Hi. Ein bisschen höher. Gut. Gut. Okay. Okay, das war's. Danke, Danny. Hahaha. Wie? Das war jetzt das Fotoshooting? Der hat sich da für 10 Sekunden einmal hingestellt. Zack. Nur ein Foto? Mehr Einstellungen nicht. Aber der Fotograf war auch nicht so überzeugt von ihm. Da habt ihr das eben so ein bisschen angemerkt. Ich glaube, der war nicht so begeistert von Danny Williams als Fotomodel. Und da ist doch Alexander, glaube ich, ein bisschen besser geeignet. Aber hä? Aber er sah geil aus, oder? Schön Krawatte, schöner Anzug, schöne Frittenbude. Naja, er hat ja jetzt Macmillan's Fish and Chips. Das ist halt seine Marke jetzt. Das haben wir ja damals ausgewählt, glaube ich. Wir schauen mal, wie es weitergeht. Ob wir ins Training reingehen. Jawohl. Training. Das müssen wir simulieren. Also, das muss ich natürlich machen. Das werde ich überspringen. Und dann schauen wir, wie es weitergeht. Ein Musterschüler, wie er im Buche steht. Beides mal A bei Torserien und Abwärtsszenarios. Rocky. Rocky. Durften wir uns mal wieder beweisen. Ja, natürlich. Ich habe dich wieder sehr überzeugt. Also, diese Sequenzen überspringe ich, weil das sind dieselben Sätze. Der hat vielleicht vier Sätze aufgenommen. Ich bin stolz, dass ich das neue Aushängeschild von Macmillan's Frittenbude bin. Holt euch das The Williams Special. Ja, wahrscheinlich mit ganz viel, was weiß ich, ganz viel Ehrgeiz und sehr viel Eigenlob. Und hast du nicht gesehen. Also, mal gucken, wie es auch da weitergeht. Bei Social Media schaue ich eigentlich relativ selten rein, ne? Weil ich weiß nicht, da, das juckt mich so relativ gar nicht. Also, muss ich sagen. Mir steht der Sinn nach UEFA Champions League steht auf jeden Fall in seinem Status drinnen. Alle Augen sind auf The Williams Footy gerichtet. Meine auch. Stars im Blickpunkt. John Cross. Und Macmillan's Fish & Chips. Wir von Macmillan's Frittenbude sind stolz auf unsere Kochkünste. Genauso wie unser neues Aushängeschild. Premier League Stürmer Danny Williams. Ja, holt euch den, wie hieß der nochmal? The Williams Special oder so. So, weiter geht's gegen Ajax Amsterdam. Endlich dürfen wir mal wieder spielen nach gefühlt drei, vier Minuten hier in dem Video. Also, wir spielen mit dem ganzen Team. Wir müssen gegen Ajax einfach nachlegen. Wir haben ja, glaube ich, das letzte Spiel, wie gesagt, verloren. Und ein Ziel haben wir schon mal verkackt. Erzählen bei den UEFA Champions League Gruppen spielen gegen Paris. Ein Tor, das können wir schon mal nicht mehr schaffen. Die 5000 Follower drauf geschissen. Aber wir können auch Publikumsliebling werden, wenn wir jedes Training absolvieren. Ja, super. Also, starten wir rein gegen Amsterdam in dieses schöne Stadion. Enfield Road mit der Hymne im Hintergrund. Ach, was Besseres gibt's doch gar nicht. Also, auf geht's. Und das 1-0-Strahmerschuss in der 22. Minute durch unseren neuen Macmillan's Frittenbude-Besitzer Danny Williams. Schön gespielt. Wir hatten auch vorher schon mal eine Chance mit Salah, aber hier schön durchgesteckt. Zack gegen Amsterdam. Die haben eigentlich eine gute Truppe. Die sind auch immer bekannt für gute Jugendmannschaften, für eine gute Nachwuchsabteilung, Nachwuchsleistungszentrum. Aber, was willst du machen gegen die Williams-Futti? Mit der Frittenbude, mit dem The Williams-Special im Rücken. Da klappt das natürlich alles. Und aggressiv, Kloppo. Yeah! Ich krieg eine Pommes umsonst. Geil, ey! Und der Rote Express rollt weiter. 40. Minute. Wijnaldum nach Vorlage von Salah. Also es ist wirklich ein super Spiel von uns. Lockeres, ja, würde ich sagen, Trainingsspielchen. Aber es geht schon leicht von der Hand. Ist auf jeden Fall gut. Und ich hatte so bei einigen Situationen das Gefühl, dass das schon so ein bisschen geskriptet ist, weil Amsterdam dann doch sehr viel Tiki-Taka spielen konnte und du dann überhaupt nicht an den Ball gekommen bist. Aber, wer weiß, es wird wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass wir das Finale Liverpool gegen Bayern haben. Oder beziehungsweise Real Madrid. Hunter ist ja nicht mehr bei Bayern. Aber wir schauen mal, wie es weitergeht. Und das nächste Tor durch Henderson. Jetzt geht es wirklich Schlag auf Schlag. 45. Minute. Jetzt sitzt auch jeder Schuss. Oh, der alte Mann, der alte Käpt'n trifft auch mal wieder nach 100 Jahren. Also, wenn du halt solche Spieler außen hast, das ist einfach mega geil. Das lässt sich richtig gut spielen. Ballsichere Leute im Mittelfeld und dann noch schnelle Leute auf der Außen. Ein Kurzpassspiel und, äh, oh, na, na, steht das, glaube ich, im Tor. Der kann einem schon ein bisschen leid tun. Aber gut, der hat natürlich auch ein schlechtes Stellungsspiel, ne. Aber, äh, was willst du denn da machen? Wenn du nicht rankommst, kommst du nicht ran. Und so mit 5-0 nach der ersten Halbzeit. Das lässt sich relativ gut sehen. Und das spielt sich auch relativ gut. Ganz locker und ohne Probleme schlagen wir also Amsterdam mit 3-0. Nach einer schwachen zweiten Hälfte. Ein paar Chancen waren auch noch dabei. Aber Amsterdam war echt nicht so gut. Wie sie in echt teilweise spielen. Also, 3-0. Gerade auch für Williams freut mich das. Nicht nur wegen seiner neuen Frittenbude, dass er da jetzt das Aushängeschild ist. Sondern auch, dass er mal wieder getroffen hat. Aber wir haben nicht alle Leistungen erreicht, weil wir hätten zwei Vorlagen machen müssen. Also, 2 von 3. Das ist okay. Spiel gewonnen. 8,3. Das geht auch noch. Dann geht es auch mal bei ihm wieder ein bisschen bergauf. Und wie ich das gerade schon mal gesagt hatte. Ich glaube, es wird darauf hinauslaufen, dass wir, also Williams gegen Hunter im Finale spielen. Also, dementsprechend Liverpool gegen Real Madrid. Und dann, wie wir uns vielleicht entscheiden dürfen, mit wem wir spielen, würde ich jetzt mal spekulieren. Weil, also ich habe jetzt auch nichts gesehen von den YouTubern. Weil The Journey schaue ich mir halt eigentlich nicht so an. Ich denke mal, ihr vielleicht auch nicht so verhäuft. Wie gesagt, ich bin immer froh, wenn es Leute bei mir schauen. Aber ich mag halt die Story. Deswegen, ich finde es halt auch blöd, dass wir so viele Trainingseinheiten machen müssen. Und Spiele würde ich vielleicht auch nicht so viel machen. Aber gut, Spiele gehören natürlich auch dazu. Vielleicht nicht so viele. Ich finde die Story halt viel interessanter. Daraus könnte man noch viel mehr machen. Dass man noch mehr Entscheidungsmöglichkeiten hat. Dass man vielleicht auch mal andere Personen spielt. Und denen auch mal eine Entscheidung lässt. Wie zum Beispiel der Mutter von Hunter. Die hätte ja auch einfach sagen können, nö, ich mache das Logo nicht. Oder nö, ich will das Logo nicht entwerfen. Und macht halt dementsprechend dann was anderes. So, als Beispiel. Da gibt es halt noch viele Möglichkeiten. So, jetzt haben wir mal ein paar Attribute. Die war bei Williams steigern. Ja, Beschleunigung. Da kann auf jeden Fall mal was machen. Ich würde sagen, Schusskraft auf jeden Fall. Fernschüsse. Und was haben wir noch? Machen wir mal die Übersicht. Die braucht man auch immer. Aber Schirmer braucht man die Übersicht. Und das sieht doch jetzt gar nicht so schlecht aus in der Tabelle. Wenn wir jetzt gegen Amsterdam das Rückspiel gewinnen. Und Paris nochmal gegen Schachter Donets. Dann sollten wir eigentlich auch mit Williams weiter sein. Im Achtelfinale der Champions League. Und dann geht es vielleicht auch erst. Oh. Zwischensequenz. Ach, wie schön. Ha, guck mal. Die Hasenszene. Wo kann ich unterschreiben? Sieben stelle ich? Dafür? Minus zehn Prozent? Ich denke, das dürfte in deinem Budget sein. Wird Zeit, dass du ausziehst. Ding nur mit Vitamin B. Dass mein Kollege das so lange frei halten konnte. Gib uns einen Moment, ja? Für den Preis will ich aber Dina dabei haben, Mann. Jedenfalls, zu viel Geld loszueisen dauert eine Weile. Oder das Geld ist einfach nicht da. Warum hast du es denn so eilig mit diesem Deal, Mann? Stecken da eventuell eigene Interessen hinter? Oh, oh. Ähm. Jetzt hätte nur noch gefehlt, dass er grün angelaufen wäre. Und zu Hulk explodiert wäre. Ja, also, ihr habt ja gesehen, je nach dem Spielergebnis hätten wir vielleicht gegen Paris gewonnen. Wäre da wahrscheinlich eine andere Szene draus geworden. Aber jetzt ist er natürlich richtig heiß aufs Rückspiel. Ich weiß gar nicht, wie es jetzt weitergeht. Gut. Wir werden ein bisschen was für den Angriff tun. Wir müssen Tore schießen gegen Paris. Und wir schauen mal, wie es läuft. Boah, komm, schon echt jetzt? Was ne Scheiße. Er denkt sich sowas nur aus. Okay. Mit geschlossenen Augen. Ja! Geil! So geht das! Sehr gut! Jetzt kapiert ihr endlich, was für ein Genie, was für ein großes Genie The Williams ist! Ich ruf ihn an. Alexander Sandy? Oh ja, kann ich ihm sprechen? Nein, nein, er hat zu tun. Nein, 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 ich muss ihm was Wichtiges... Ciao, ciao, ciao! Geht's doch nicht. Jetzt mach ich dich fertig, mein Junge. Die Szene haben wir auch schon mal gesehen, aber auch aus der Sicht von Alexander. Das wird, denke ich, verhäuft vorkommen. Aber ey, eine 75. Aber wie geil muss das sein, wenn du so als Profi dich dann so ziehst? Selber bei Ultimate Team? Naja. Okay, machen wir mal weiter. Rückspiel steht wahrscheinlich an gegen Amsterdam. Jawohl, so wird es sein. Nein, das ist halt jetzt dieser normale Ablauf, dieser alltägliche Ablauf, will ich jetzt mal sagen, bei The Journey. Trainingsspiel, eine Szene, dann wird wahrscheinlich wieder der Charakter gewechselt. Aber wir sind ja auch bald durch mit den Aufgaben. Also Kapitel 2 unter Druck. Wahrscheinlich werden wir jetzt noch die restlichen Champions-League-Spiele spielen und dann schon Kapitel 3 vielleicht starten. Bei Hunter, bei der Kim Hunter zum Beispiel. Da sind wir ja schon fast durch mit dem zweiten Kapitel. Also, schauen wir mal, wie es im Rückspiel läuft. Müssen wir auch gewinnen. Sollte eigentlich eine klare Sache werden. Dann schauen wir mal, ob wir das auch im MGM ins Wieter spiegeln können. Und in der 81. Minute dann endlich doch nochmal ein Highlight. Not gegen Elend war es schon. Mal gucken, ob er irgendein Spruch sagt. Ne, 81. Minute, also endlich die Führung. Es war wirklich ein langweiliges Spiel. Also es war wirklich so ein Spiel zum Abgewöhnen. Das hatte nichts mit Fußball zu tun. Aber dann doch irgendwann und wieder Williams. Geil, der knipst in letzter Zeit häufig. Mit ein bisschen Glück. Aber egal, die Führung ist da. Und es hat schon zwischenzeitlich die Auswechslung gedroht. Ich weiß nicht, ob es jetzt auch soweit ist. Nein, noch dürfen wir ein bisschen. Also, letzten 10 Minuten laufen. 1-0 endet also diese eher langweilige Partie. Wie man in Hessen sagen würde, Not, Geische, Elend. Wie gerade schon erwähnt, war es nicht so das Spitzenspiel auf hohem Niveau. Aber immerhin ein Spiel, das wir gewinnen müssen als Liverpool. Und da sind wir dem Achtelfinale schon ein ganzes Stück näher. Ich hatte ja zwischenzeitlich auch, jetzt kommt wieder die Idee oder vielleicht die Vermutung, dass Paris die nächsten beiden Spiele verliert und das dann aufs letzte Spiel ankommt, dass wir gegen Paris vielleicht spielen, dass Paris dann unbedingt gewinnen muss und wir unseren Bruder daran hindern, dass er doch noch in die Gruppenphase einzieht. Aber das glaube ich dann eher doch nicht. Aber schade, dass es zum Beispiel auch nicht mehr Szenen mit dem Bruder gibt. Da hätte ich mir zum Beispiel auch mal mehr Story gewünscht, wo man vielleicht einfach mal ein paar Szenen sieht, wie es früher war, wie sich Williams und der Bruder vielleicht treffen oder miteinander reden. Also, die haben ja sowieso nicht so großen Kontakt. Außer jetzt gerade diese Handynachricht. Also, bereit für die nächste Niederlage. Das spornt in denen ja natürlich auch an. Das ist natürlich ganz klar, das würde jeden anspornen. So, wir schauen mal. Aha, Charakter wird gewechselt. So sieht es also momentan aus in der Champions League. Wir sind eigentlich, ich gucke mal, wie das Torfeld jetzt aussieht. Also, ich glaube nicht, dass Amsterdam noch acht Tore gegenüber uns aufholt. Also, wir wechseln den Charakter. Ich glaube, die Kim Hunter wurde uns empfohlen. Halt, nicht ins Training rein. Wir wollen natürlich die Story verfolgen. So, die Kim Hunter ist also die nächste, die wir wieder spielen dürfen. Das machen wir dann aber erst im nächsten Part. Wir haben richtig viel geschafft in diesem Part. Williams hat seine neue Marke. Ist jetzt Markenbotschafter für so eine Frittenbude. Die Kim schaut sich immer noch, die hat einen Softpornos an vom letzten Part. Und ist bei der Weltmeisterschaft. Und wir gucken mal, wie es jetzt hier läuft. Sie hat ja auch noch eine Konkurrentin, ja. Bei Kanada. Das letzte Gruppenspiel jetzt gegen Holland. Das müssen wir gewinnen. Direktes Duell natürlich. Kim Hunter wird in der Startelf stehen. Müssen wir noch irgendwas erreichen? Ich schaue mal gerade. Ein Tor haben wir leider nicht geschafft im ersten Spiel. Wir müssen die K.O.-Runde erreichen. Also, das heißt, wir müssen gewinnen. Heißt also, es bleibt spannend. Und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Part wieder mit dabei. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst einen Daumen nach oben, da haut ein Abo. Und ich wünsche euch einen schönen Tag. Macht's gut. Und ich hoffe, es wird durch den T hates. Bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Mal.